ja hallo liebe freunde der gepflegten spielkunst und ja ich muss euch was beichten ich habe schon wieder getan ja mein schiff ist kaputt ich bin irgendwo auf diesem scheiß planeten gelandet und jetzt muss ich gucken irgendwie überleben kann was das denn Dinosaurier Tetserabtops ach du kacke nee eh oh man irgendwie muss ich mich auch erstmal an die Luft hier gewöhnen oh guck mal da Fiber schön und was ist das Kaffeebohnen oh cool Kaffeebohnen da ist nochmal Fiber und komm mal hier das sind da aus wie Würstchen am Stück oder oh Leute ist das anstrengend hier auf dem Planeten was mache ich denn jetzt eh ja erstmal gucken und hier so Sache ist Hallo Kaffeebohnen ähm oh da haben wir doch schon mal was haben wir denn hier noch drin ähm ok äh tu ich mich später drum da drüben wir auch noch Kisten oder jo da ist doch noch eine Kiste oh guck an Batterien ein Sauerstoff Generator ein Kern Sauerstoff und Licht sehr schön sehr schön alles mitnehmen oh das ist geil Notverpflegung ich muss nicht verhungern oh Gott sei Dank ey Wasser ja Gegengift Tabletten okay kann man immer mal gebrauchen ne verdampferladung verdampfer 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 ich hab mein verdampfer noch und meine Pistole noch geil dann nehmen wir mal die verdampferladung und den Schuss hier mit das nehmen wir mit und die Taschenlampe natürlich so du kommst direkt hier unten hin na was ist denn das ein Korndok ein Korndok super kann man den essen Apropos Essen ey das sieht hier aus mal gucken was der Kumpi sagt aber das heißt ich könnte eigentlich äh hier atmen also nehme ich mal den Film ab gut okay passiert nix wunderbar passiert nix mal gucken was der Chef sagt ach scheiße ey RCS ist kaputt Kacke ja gut toll muss mal gucken kommen wir hier irgendwie an RCS wieder dran ne nicht mit dem kleinen Constructor ne Kacke ey Junge fünf Stück neu jetzt hau rein ey als erstes mal die ganze Kletteradatsch da rein und erst mal wieviel können wir herstellen 10 10 12 äh ja 35 so man sollte ach okay ich sollte den noch anmachen ne so und jetzt müsste es eigentlich loslegen können oder da nur einer schon weg super jo Funktion auch gut supi ähm ähm nix da nix da hätte mich auch gewundert da auch nicht ja ist ja klar das ähm hehehe magnesiumpulver habe ich Eisenbeeren habe ich okay lassen wir den mal durchlaufen verbraucht er zwar aber er macht ja auch da vorne ist Magnesiumlager sehr schön ich jetzt funktioniert noch super alles klar gut zwar nicht so toll wie ich dachte das ist nichts kobra blätterne brauche ich jetzt nicht davon ist doch nur wurst das nehmen wir lassen schön in ruhe dann lass ich euch auch in ruhe so hier vorne ist also magnesium wurst ich gucke es überhaupt geladen die ist geladen die ist auch geladen super bevor irgendwas passiert was ja nie hier fliegt man aqua vorbei guckt das sondern hause kommt fliege an aqua vorbei neben die abkürzung juhu super habe ich gemacht und dann kam dann scheiße mit der rät vorbei was das denn hier von kram ein pixie stil bündel von datten da muss ich mal gucken kommt computer gibt mir keine ausdauer auch gibt mir gesundheit wieder und hilft gegen den gift bus direkt in die leiste ziehen wer weiß was hier für fücherung wenn die giftig sind so wie war das noch bei dem einen typen von der erde wie ist er noch die gröter bär wie ist er noch der grills sucht ihr den höchsten punkt und dann guckt die um machen war da vorne gibt es noch so ein korn wenn die hot dog am spieß sind die büschchen am spieß super sind wir leider nicht aus fleisch aber egal ob es auch zu beißen also dank des jetpacks kommt hier hoch ohne wird das ein bisschen schwieriger sein also letzte schub korn korn am stock stock was sind das da hinten hallo ich habe keinen fähigen glas aber soll ich jetzt doch soll ich da jetzt mal hingehen warte dann gehe ich lieber zurück mache meine taschen leer langsam langsam gleiten folge nicht dass der opa sich hier nur bein bricht auf dem ding das fehlte noch und wenn ich mich hier durch die gegend droben oder dann lieber schön langsam kaffee jetzt müsste ich nur noch irgendwie eine kaffeemaschine basteln dass ich da mit wasser und so kam mit wasser und so kam also ja also ja bei der hinten auch unter ähm 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 was nie passiert ähm Prozent okay so und er ist fertig zu nämlich damit statt nämlich nicht mit die ohne Stichungen die und nicht verdammt Verladung Super tun das war die mit ihr scheiß neuen dingern neuen anzügen wie hieß es noch in der ausbildung man muss irgendwas ausprobieren um punkte zu bereichen mit dem anzug damit er dir irgendwas freischaltet ja bald ist das wahre leben dann schauen wir mal magnesium erzlager ich habe jetzt nur zwei stück ich hoffe dass das reicht aber top ich denn hier durch die gegend das ist doch scheiße entschuldigung aber das ist so anmerkungen das videotagebuch später löschen und da gibt es wieder wüssten am sturm das ist nicht so tief sein das ist nicht so tief sein ok ich schau mal mal ne oh Oh, danke Anzug, Level 2 erreicht, 10 Punkte um irgendwas freigeschalten zu haben. So, okay, Magnesium, 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 habe ich hier schon was eingesammelt, 22 erst, ähm, warte mal, wie war das, Tauben, hä, wenn du das sagst, wird das wohl so richtig sein. Mal gucken. Zwei Stück nur, habe ich denn so noch was aufgesammelt, 50, das heißt ich kriege gerade mal 5 Pulver raus, das ist nicht viel. Jetzt noch mal ein bisschen hoch fliegen. So, egal, ich habe jetzt, so, mhm, wieder runter, alles aufnehmen, was da liegt, so, ne, habe ich noch jemand übersehen. Schön, XP machen. Da vorne. Hat sich irgendwie eine Drohne. Das hat eine Drohne, die scheiß Dinge. Ich habe zwar gesagt, dass hier so was sein könnte. Ich sehe nichts. Naja. Bestimmt noch von dem Absturz, der Drohne im Ohr. So. Mal schauen, ey. Ich hoffe, dass wir den Scheiß hier überleben. Da bin ich ja echt mal gespannt. Ob er den kann mir überleben. Und schalala. Irgendwas hat das Ding gerade umgeworfen, das weiß ich, aber was. Das war sie nicht. Mal schnell Magnesium machen. Ähm, 59, nur. Ähm, 15, 15, 25, 25, 30, 35, 40, 50, 50, 50, 50, 50, 60, naja, komm. Ähm, ja. Mal schauen, was der Anzug für mich so bereithält. Ich muss erst meine Tools rein. Achso. Die muss man ja erst freischalten. So. Krieg ich erst mit Level 3? Ach nein, ey. Kann ich denn hier irgendwas machen? Oh, noch nicht, ne? Weapons. Pistole. Die ist ja schon freigeschaltet, oder? Ja. Ja. Ja, supi. Tools. Noch irgendwas? Ne. 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 Das brauch ich unbedingt! Auswahl! Was mache wir denn da? Die sind alle schon preigeschaltet. geschaltet hier gleich von den punkten auszuschmeißen gut zu Metallstücke. Um Metallstücke zu kriegen, müsste ich hier rein, 25, 25, 30, 40. Und dafür brauchen wir auch mal, so, Kern habe ich, den könnte ich dazu machen, okay. Mal sehen, wie es geht. Ja, eine Sauerstoffflasche kann ich auch gebrauchen. Das ist echt besser so. So, dann, ich glaube, da hinten gehe ich noch nicht hin. Das bringt mir noch nicht viel. Ich gehe jetzt mal weiter gucken hier in die Richtung. Vielleicht finde ich hier irgendwas anderes, was ich gebrauchen könnte. Oder Hilfe. Oh, was sind das denn für Viecher? Hallo? Tust du? Oh, du siehst ziemlich gründlich aus. Ich lasse dich mal in Ruhe. Geh weg. Erst mal alles erkunden. Kann ich nicht mehr. Steckt ein bisschen fester drin. Ups. Da ist noch so ein Teil, was gegen ein bisschen hilft. Was ist das denn da oben? Da ist noch zu essen. Hallo? Ach, das ist noch... Ach, das ist noch... Ich möchte mich hier auch nicht dran stoßen, ey. Nicht, dass die nachts rauskommen, die Viecher. Das wäre ja scheiße. Mensch, ey. Gibt es hier nichts in der nächsten Umgebung, was man benutzen kann oder bauen kann oder räumen kann? Da habe ich ein bisschen übersehen. Aquafrüchte. Die sind lecker, die gibt es auch bei uns auf dem Markt. Die hat irgendeiner mal mitgebracht und baut die jetzt bei uns an. Ja. Scheiße. Entschuldigung. Scheiße. Das wird ja so einer. Die kommen bestimmt nachts raus hier. Ich und meine Fantasie oder ich weiß. Ich stecke irgendwie ganz tief drin. Ich habe schon wieder ein bisschen übersehen. Oder ist das jetzt nachgewachsen, hm? Da auch. Höh? Oder war ich da noch gar nicht? Ja, ja. Höh. Höh. Könnte ich auch machen. Ich könnte auch rumbrüllen. Aber was bringt das? Hm? Das bringt gar nix. Äh. Was ist das da hinten? Ach, das sind... Ich dachte schon, das wären irgendwelche Türme oder so und so. Wie da. Siehste? Das da hinten. Wenn man näher geht, merkst du, das ist ein Strauch. Jo. Optische Täuschung. Siehste das da? Trotzdem habe ich immer dieses Brummen von diesen Drohnen im Ohr. Also ich kann mir nicht helfen. Aber damit kann ich mir helfen. Ja. Da oben ist noch ein. Wow. Da. Kaffee, ja. Könnte ich gut gebrauchen, aber... Zoll ich machen, ey. Das eine Ding war da hinten, ne? Aber dafür bin ich jetzt auch wieder zu voll. Da sind auch noch mal Würste hier in einem Stock. Eine kleine Aquafrucht da. Hast du die weg gegessen? Danke. Mann, Mann, ey. Da muss ich mich hier mit den Viechern vom Aqua ums Essen prügeln. Ja, super. Kobra Blätter brauche ich erst später. Da ist noch was für Gesundheit. So. Hier noch was vergessen. Ne. Nix. Auch schon weggefressen. Mein Gott. Na Kumpel. Traust dich nicht? Ich mich auch nicht. Besser nicht ausprobieren. Tja, Leute. Sieht irgendwie trostlos aus hier. Na nicht mal irgendwelche Bäume, wo du dich darunter stellen kannst. Sondern dich gegen die Sonne zu schützen. Aber die ist ja auch eh nicht so warm. Und das komische ist auch... Das habe ich schon mal gesehen. Das gibt irgendwie so ein Plasma. Daraus kannst du erste Hilfe machen. Das habe ich schon mal gesehen. Ich habe schon mal in irgendeinem Vortrag oder so gesehen. Guckt euch das an. Da. Ich habe sie, die Frucht. Ist das nicht schön hier? Wunderschön. Und ich habe ewig die Gedröhne von den Drohnen im Ohr. Das Gedröhne von den Drohnen. Ja, super. Solltest du dir patentieren lassen, den Fruch. Na, Dicki. Das sagt der Richtige. Danke. Erster. Das ist auch noch mal eine Wurst. Ich glaube, verhungern werde ich jetzt die nächsten Tage nicht. Ach, das war nur eine Spiegelung. Zum Beispiel. Zur Not kann ich ja hier auf den Pflanzenfasern rumkauen. Rumpauen. Rumpauen. Also. Erste Hölfe. Erste Hölfe. Erste Hölfe. Erste Hölfe. Erste Hölfe. Erste Hölfe. Ach, schon voll. Next one, please. Erste Hölfe. Erste Hölfe. Erste Hölfe. Erste Hölfe. Die zwei. Wo halte ich hier? Essen. 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 Kaffee Fiber. Supi. Oh, es wird ganz schön dunkel jetzt, ey. Kack. Essen. 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 ist bald ich mal über die ich noch mit lust auf etwas süßes ja vielleicht gleich mal rüber zu dem raumschiff ich weiß es nicht vielleicht seid ihr dann auch dabei beim nächsten mal keine ahnung also wenn er lustig seid wieder rein wenn der fünfte lobe im gelletik survival spielt bis dahin